Die Nummer eins. Die wahre Nummer eins. Was für ein Statement von Al-Ani. Wieder Al-Ani, wieder der Inkelung! Volle Siegeskurte für den Ballet, für Marius Al-Ani. Die Streak wird fortgesetzt, Mann. 14 Siege in Folge, mehr gibt's nicht zu sagen. Es ist Al-Ani mit seinem Meisterstück. Der Catch-Cupri-Sieger. Ich bin die Nummer eins. Bobby Gunn ist der längst reingende Unified World Wrestling Champion in der Geschichte. Der Superman-Punch, der Diamond-Driver. Al-Ani, 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 Al-Ani hat es gewonnen. Ich bin an der Spitze. Ich bin der gefährlichste Mann in diesem Business. Kann irgendjemand Marius Al-Ani überhaupt besiegen? Er ist zurück! Jörg Simmons! Und werft ihn aus dem Ring! Marius, ich hoffe, dass du das guckst, du Punk. Weil das wird dir sein, wenn du und ich auf die WXW Unified World Wrestling Championship gehen. Ich hoffe, dass du bereit bist. . Musik